so da sind wir und feinte geht es hier mit der nächsten runde wir sind jetzt wieder hier kathedrale von manos mit hier ich wollte mal gucken ob tino jetzt noch was sagen hier oder nicht okay da ist nothing more to say zauberer studieren das brauchen wir alles nicht wir sind keine zauberer dafür brauchst du weisheit ohne ende das können wir benutzen wir haben weisheit 10 naja okay die sagen irgendwie nix neues du noch was in fort so warte mal der hat uns ja letztes mal sandbuch war zeugs gekriegt ja ohne ende kraftfeld ebene das aus und handbuch weiter haben wir zeugs gekriegt nicht ohne ende die klangperne die kann ich eigentlich auch bei der fingertante muss nichts machen na gut okay also das bedeutet wir haben das gebiet gemacht jetzt bleibt nur noch dieses gebiet hier als letztes und da unten und das machen wir jetzt so erstmal bewaffnen ein neues gebiet überall finger ich so lassen wir erstmal gucken gehen das sind gegner ach so kände sind das ok da kommen immer mehr hatte ich immer hier so weit hier wir sind hier auf erkundung da geht es irgendwie hoch wir wollen erstmal kunden erstmal über gucken liegen hier irgendwo items schon fettes gebiet ne aber irgendwie gibt es hier auch nur finger überreste untersuchen ich höre das können ich schon duplizieren ok hier kannst du dann echo duplizieren ok ein echo achso dann haben die das hier gemacht jetzt über diese sehr genau im haupt game war das ja über diese wandelnde mausoleen ok gut zu wissen ok ok da liegen noch überall hände hallo ok so erstmal ist er kunden ja wochen ohne ist er rein naja sah gerade echt so aus ok einzeln verteilt sind hier noch gegner aber sonst sonst ist ja nicht so viel aber erstmal so eine ganze runde habe ich mir gedacht hier ist noch ein gegner da fällt auch noch einer runter oh so eine marge oder was ist gut so ich okay ist ich 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 hier so viel ist jetzt nicht nur wo ich glaube da war ja so eine hand was gibt es hier ja nix na doch die hängeglocke läuten boah purpur was am talisman plus 1 einfach so ne ich stecke hier so ein verflaschen und purpur tränen deutlich cool äh warte unsere verstärkung wird am besten werden mehr geheilt wenn man den talisman an hat warte mal ok jetzt ist es auch noch markiert von ria die fingerruinen von ria jetzt haben wir einmal so eine runde gemacht hier ne einmal so eine runde hier rein jetzt gucken wir hier noch nein so wieso nimmt er das ich habe mich verdrückt warte ist das jetzt die ecke was sind das denn da für große tore hier ist irgendwie gar nichts da liegt ja nicht so großartig items bei gegner ein paar hände warte ist nicht so großartig dass sie nicht so großartig sind dass sie nicht so großartig sind realen sammeln was war das denn nagelstein ok was sind gegner wir lassen gegner so einer bist du lass dich mal testen noch einer was wo warte noch so einer bekommen wir hier raus bei dem himmelblauen ufer oder was das sind wege hier unglaublich aber hier schon hier war man nicht was was hütte deswegen habe wir was an buch eine theorie ist bewiesen aus diesen ruinen stammen die finger kriecher jetzt muss ich also die glocke läuten und ich werfe samt schocken können im schoß erhabene mutter hier ist nichts mehr ist schon cool aus das blaue echt was sind wir denn jetzt hier ach irgendwie in diesen unteren bereich weiter geht es nicht das ist nur so eine ok und da sind zwei bären jetzt ist ja noch was ist ja noch was hallo krass so ein bisschen versteckt ne ja außer schnell wo muss man hin da oder da so an dem gebiet hier war jetzt aber echt nichts mehr haben sind mager die ausbeute realen sammeln ich glaube wir verschwinden jetzt hier wieder von mir wir haben hier einfach ab ich jetzt nichts mehr so haben einmal die runde gemacht hast aber nur das gab es ja fing an dinger okay so dann wollte ich mal zurück gehen und gucken ob die jetzt was sagen ich Oh, 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 oh. Siehst du, die Glocke ist in meinen Ohren erklungen. Okay. Noch eine neue Karte. Okay. Ein geliebter Sternenstaub. Ich habe meine Entscheidung gemacht, um zu helfen. Ich werde die Gleamung-Sterne guide dich immer mehr. Aber du hast nicht die Ballet. Ich Angst, dass du vorbeigst auf das ganze Zeit hast. Die Geschwindigkeit, die Hypocrisie des Welt, die auf der Erde gebaut wurde. Die Folle des Menschen, ihre Bitter-Suffering. Es gibt keine Hoffnung für die Redenung? Die Antwort, leider ist es klar. Es gab keine Hoffnung. Sie waren beide defektiv. Unhinged aus dem Beginn. Marika herself. Und die Fingern, die sie guiert haben. Und das ist das, was mich beschäftigt. Es geht nicht um unsere Worte. Wenn die Rüten roten sind, dann haben wir wenig Reaktion. Das war eine Muguel. Wenn ein junger Mikkel sah etwas für was sie waren. Er wusste, dass seine Worte war, seine Worte zu schwarzen. Seine Worte war in der Schmerzen. Eine Tragedie, wenn es eine gab. Dass er sich empfohlen würde, zu renunieren alles. Als die Flamme liegt mit der Mutter. das ist der zauber ich benutze eigentlich nicht aber den können wir benutzen einfach so damit man was von dem arbeit geholt haben hat zu altruinen erhalten ist im inventar stimmt fast nicht ok der sach nichts mehr sagst du noch was wie Wie warst du dich? König Eemir hat dich damit gewonnen? Hm. Dann sehe ich, dass du seinen Vertrauen hast. Und deswegen meine. Ich bin Yolan. Die Nacht ist jetzt deine, um dich zu gewinnen. Keine Idee. Wir sind keine Freunde, sondern wir glauben. Ich bin nur die Werte von dem König Eemir. Enough von dir. Und Schluss damit. Okay, der sagt nichts mehr. Der sagt auch nichts mehr. Hm. Das sind so die einzelnen Quest-Schritte, sag ich mal. Zeit wird rein bis zum Morgen. So, einmal schlafen. Manchmal sagen die so neue Dialoge, wenn man dann schläft. So wie der Typ, der ist jetzt gar nicht mehr da. Warte mal, ich rede erstmal mit her. Schluss damit. Okay. Guck mal, der ist gar nicht mehr da. Oh shit. Untersuchen. Was ist jetzt runter? Oh, es geht tief runter. Oh shit. Ich ruste erstmal meine Waffen aus. Jetzt sollen wir da runter kommen. Wir gehen mal gucken. Krass, Alter. What the fuck. Ein ganz neues Gebiet. Und nun? Ah, okay. Das ist nicht so groß, das Gebiet. Ach, es ist wieder so eine Glocke da, ne? Ah. Ah. Invasion? Ach du Scheiße, warum sowas? Oh, was? Glaubst du Schaden zu machen? Erledigt. Der Cousin besiegt. Clown der Nacht. Geil. Ha. Ah. 34 hat sie gegeben. 34.000 Buhnen. Okay, haben wir besiegt. Und nun? Du kannst jemanden herbeirufen. Kommt jetzt ein Boss oder was? Das geht gar nicht, ne? Das geht gar nicht. Also jetzt noch nicht. Vielleicht geht das irgendwann mal später. Ah. Ich kann die Glocke nicht aktivieren. Kann auch. Das ist bestimmt ein Boss hier. Das ist ein Boss, aber der ist jetzt noch nicht aktiv. Alter, du kannst ja hier die Leute holen. Aber jetzt noch nicht. Hm. Okay. Mehr kann man jetzt ja auch nicht machen. 100 Pro ist das ein Boss hier. Ein versteckter Boss. 100 Pro. Der in der Verbindung mit dieser Questline ist. Aber der ist noch nicht aktiviert. Okay. Das heißt, wir gehen nochmal zurück. Ja. Gehen wir mal was gucken. Gehen wir mal was gucken. Alter. Jetzt sitzt er wieder da. Alter. Was? Schluss damit. Ja. Finde ich auch. Enough is enough. Hm. Hm. Ja. 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 Put it out of your mind. The stars will reveal the truth in time. Zur gegebenen Zeit. Okay, der meinte zur gegebenen Zeit. also vielleicht muss man auch noch was machen jetzt der nächste quatschritt damit der aktiviert wird zwei bereich studieren kann man jetzt nur ok da sag ich jetzt nichts mehr zauberer studieren brauche ich jetzt alles nicht irgendwie ich bin kein zauberer ich müsste auch alles auf weisheit erst mal level da habe ich kein bock weisheit haben wir 15 ok du sagst nichts mehr und du sagst auch nichts mehr von angriffen der nacht der untergrund berichten alter was ist das geht doch weiter ja Warte, nein, sag nichts, ich habe eine Star allein, und nur seine Worte werden. Ich sage so viel, ich bin in deine Schuld, aber ich werde nicht mehr hören. Ich habe eine Star allein, und nur seine Worte werden. Okay, dann aber das auch nochmal alles durch. Sagst du jetzt noch was? Naja. Sauberei studieren. Okay, dann müssen wir uns merken, dass es hier eventuell noch mal weiter geht, da unten. Vielleicht... Mir ist das letztens aufgefallen, da dieser Bereich, da waren wir noch nicht, ne? Und da sieht das genauso aus nach Finger aus. Hier sieht es genauso aus nach Finger, genauso wie da unten. Siehst du? Auch Finger. Und es kann sein, dass wir erstmal hier die zweite Glocke aktivieren müssen. Vielleicht wird dann der Boss da unten freigeschaltet. Und dann kann man da unten dann die dritte Glocke aktivieren. Das kann... Das kann ich mir so vorstellen. Aber keine Ahnung. Wir machen erstmal eine Pause. Und wir gucken nächstes Mal, wo lang es weiter geht. Ich sage danke und bis gleich. Ciao. Bis zum nächsten Mal.